Gut, auch in dieser Aufgabe ist Lernstoff abgefragt worden. Schauen wir uns das mal an. Wir haben zwei Geraden gegeben in Parameterform. Und ihr wisst ja, hier stehen jeweils Punkte, Fixpunkte, Stützpunkte von der jeweiligen Gerade. Und hier A und P, das sind jeweils Richtungsvektoren. S und T sind irgendwelche Parameter. Gut, jetzt schauen wir uns das mal an. Wir sollen schauen, wie jeweils die Geraden 1 und 2 liegen und hier richtigen Buchstaben suchen und einsetzen. Schauen wir uns mal hier dieses erste Kästchen an. Da steht mal A und P sind parallel. Warum? Das ist klar, weil das bedeutet nun mal parallel, das war zu lernen. Also schauen wir uns das mal an. Wenn die Richtungsvektoren parallel sind, sind die Geraden auch parallel. Bedeutet, die Geraden können jetzt noch parallel sein und einen Abstand zueinander haben oder völlig identisch. Das sehen wir hier aus diesem Punkt. Hier wird gezeigt oder behauptet, der Vektor von P nach Q, der Punkt P gehört da zu einer Gerade, der Q-Punkt gehört zu anderen Geraden, ist parallel zum Richtungsvektor. Und da haben wir gelernt, wenn das der Fall ist, dann müssen die Geraden identisch sein. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht mehr, weil sie sind parallel und der Vektor von einem Punkt von einer Geraden zum anderen Punkt von der anderen Geraden ist auch parallel zur Richtung. Und damit bedeutet das, hier gehört identisch hin. Also Buchstabe A. Nummer 2. Das bedeutet, die Geraden sind nicht parallel. Vergleich mit hier. A ist nicht ein Vielfaches von B. Also wir wissen schon mal, die Geraden sind nicht parallel. Wenn sie nicht parallel sind, dann können sie sich in einem Punkt schneiden oder Windschiff sein. Und hier sieht man sofort, der Punkt P ist identisch mit dem Punkt Q. Und da die beiden Punkte hier zu verschiedenen Geraden gehören, muss das unbedingt sein, dass sie sich genau in diesem Punkt schneiden. Weil wenn P und Q zusammenfallen und die Gerade G geht durch P und die Gerade H geht durch Q, heißt das nichts anderes, als dass sie sich in dem Punkt einfach treffen. Das heißt, da gehört schneidend hin. Schneidend, also Buchstabe E. So, nächstes Beispiel. Hier steht wieder, die Richtungen sind parallel. Und zum Unterschied von hier oben ist der Vektor BQ aber nicht in die Richtung der Geraden weisend. Das bedeutet, dass die Geraden einfach parallel sind. Nicht identisch, sondern einfach nur parallel. Also Buchstabe B. So, und jetzt haben wir noch eine Aufgabe. Da steht, die Geraden bilden einen rechten Winkel. Das bedeutet das ja, A mal B ist gleich Null, heißt rechter Winkel, ganz einfach. Also sie stehen normal aufeinander. Und der Punkt P von der einen Gerade liegt auch auf der anderen Gerade. Das bedeutet, sie schneiden sich in dem Punkt. Weil P gehört dazu G. Und wenn P auch auf H liegt, hier steht ja H. Dann bedeutet das, okay, die Geraden schneiden sich in Punkt P, der ja auf der anderen Geraden liegt. Und zusätzlich stehen sie normal aufeinander. Also normal und schneidend Buchstabe C.